Was geht's, liebe Leute? Es ist nun soweit. Es wird Zeit für die Auflösung des 4-Jahre-Special-Gewinnspiels. Wobei die folgende Frage beantwortet werden musste. Und zwar, wie viele Jahre Sonic seit diesem Jahr nun Jubiläum feiert? Und die richtige Antwort war natürlich 25. Und folgende Teilnehmer haben nun die richtige Antwort abgegeben. Das sind Konrad LP, Let's Play Shites, Chaos 795, StarJap LP, Christoph of Manninger, MOG King und King of Game. Und jetzt wird es Zeit auszulosen mit Tillsufer als Generator, wie immer. Wer nun ab nächsten Freitag bei den ersten Parts von meinem neuen Let's Play Dragon Quest 7 für 3DS mitkommentieren darf. Die Spannung steigt. Trommelwirbel, es kann nun losgehen. Wir klicken nun drauf in 5, 4, 3, 2, 1. Es ist Let's Play Shites. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst dann nun ab nächsten Freitag mit dabei sein. Ich werde dir dann per PN dir meinen Skype-Account geben. Und ich würde mich dann freuen, wenn du eine Anfrage per Skype abgibst. Und dann können wir im Laufe der nächsten Woche dann darüber diskutieren, wie wir das dann anstellen mit den Kommentieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann alle anderen Teilnehmer nicht enttäuscht sein. Ich danke trotzdem für eure Teilnahme und ich hoffe, ihr werdet dann ab nächsten Freitag bei meinem neuen Let's Play Projekt mit dabei sein. Und ja, wie gesagt, Let's Play ist scheiß. Du kannst natürlich auch über die Kommentarsektion deinen Skype-Account angeben und ich werde dann versuchen, eine Kontaktanfrage zu senden. Nun, das war's jedenfalls. Danke also, wie gesagt, für eure Teilnahme und ich hoffe auf weiterhin bestmögliche Unterstützung bei meinen, äh, bei allen meinen Videos. Und ja, weiterhin viel Spaß in meinen Projekten und auf Wiedersehen und Tschüss Leute!